Rémi, der Algerier. Und alle, die es geglaubt haben nach der Auslosung. Gesucht wird der Stratege, aber weder Lahm noch Xabi Alonso, noch Thiago. Aber Bayern kriegt sie nicht bespielt, stattdessen der nächste Fehler. Leidenschaft für eine spielerische Klasse bisher. Rémi, die beiden werden heute keine... ...auf die Szene. Alarm zu zögerlich. Das war die geringere Präsenz. Und Rémi. Der Dribbelkönig. Vorsicht! Boatek. Der steht sein Mann in der 4er-Abgerei der Bayern heute. Erste Ecke. Lahm wäre der Abnehmer gern gewesen. Rémi.